Tukidoki 5, bitte zurück zur Basis. Verstanden, Tukidoki-Basis. Hey, klammerlich in meinem Schiff, du Arsch. Wow, ich weiß, mein Donut-Ufo ist köstlich, aber ihr zerstört seine Aerodynamik. Gut, ihr habt es nicht anders gewollt. Lutscht meine Streusel! Bitte nicht, ich hab Familie. Bitte lass mich leben. Ach ja, erzähl mir mehr über diese Familie. Ist das Daddy, Mom? Bitte nicht von meiner Familie. Nein, nein, das hast du falsch verstanden. Und schön weitersagen, Donatellas Ufo ist für Vögel her gut. Haben Vögel schon wieder dein Ufo angeknabbert? Wir müssen dann jedes Mal einen neuen Donut backen. Die Zutaten kosten bestimmt zwölf Mäuse. Es geht hier also nur um ein paar Mäuse? Du meinst Vögel. Du hast eine ganze Vogelfamilie ermordet. Oh. Nicht immer noch Mr. Vane. Jeder glaubt, er könnte Batman sein, ohne sich ins Zeug legen zu müssen. Ich tue alles, was nötig ist. Gut, deine Ausbildung beginnt jetzt. Öffne die Gehilfe. Schließ die Gehilfe. Rühre das Metamuzil. Keine Klumpen. Dünste die Pflaumen. Schneller. Du bist bereit. Denk an deine Ausbildung, Kleiner. Öffne die Gehilfe. Rühre das Metamuzil. Dünste die Pflaumen. Harry, hinter dir. Bad Kaffee einlaufen. Das war nicht Teil des Trainings. Wow, oh mein Gott. Ich glaube, wir haben heute etwas über Einläufe gelernt. Dünste die Pflaumen. Ja. Da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020